Im Studiengang Psychologie mit dem Schwerpunkt Beratungspsychologie der Apollon-Hochschule lernen Sie konsequent Theorie und Praxis zu verknüpfen, wie in dieser psychologischen Beratung, in der das innere Team erarbeitet wird. Ich bin hin und her gerissen und weiß absolut nicht mehr weiter. Unser Sohn Lukas, der macht absolut nichts mehr für die Schule. Da könnte ich nur noch heulen. Das machen wir falsch. Sie sagten, Sie sind hin und her gerissen. Was meinen Sie denn damit, Frau Tam? Na, am liebsten würde ich ihm halt eine klare Ansage machen und Konsequenzen androhen. Aber aus der Vergangenheit weiß ich, dass wir dann meistens ein riesiges Drama haben, Lukas dicht macht und ich nicht mehr an ihn rankommen werde. Das hilft natürlich auch nicht. Aber ich kann mir andererseits auch nicht alles durchgehen lassen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Sinn macht, dass wir uns die Hin- und Hergerissenheit, diese Zerrissenheit einfach mal etwas genauer anschauen. Es ist bei vielen Menschen so, dass sich das anfühlt, als wenn man so unterschiedliche Stimmen oder sogar unterschiedliche Personen in einem streiten würden. Das stimmt. Das ist genau das, was ich fühle. Also wie so ein inneres Ping-Pong-Spiel. Kaum sagt mal eine Stimme, ja, das ist richtig, kommt sofort eine andere, die dann heftig widerspricht. Es gibt eine Methode, die nennt sich das innere Team. Und die zielt darauf ab, genau diesen Stimmen Ausdruck zu verleihen, sie miteinander in den Dialog zu bringen. Man tut im Grunde so, als hätte man in einem selber viele Personen und die einigt man zu einem Team. Jede dieser inneren Teammitglieder hat eine eigene Position, hat wertvolle Ansichten. Aber solange die gegeneinander arbeiten, solange die streiten, fühlt man sich hin- und hergerissen. Dann weiß man nicht, was man denken und fühlen soll. Und es schafft Klarheit, wenn man so klärt, was die einzelnen Teammitglieder wollen, was sie sagen. Und wenn man die dann miteinander ins Gespräch bringt. Und natürlich haben wir alle nicht so innere Personen in uns, das ist schon klar. Aber wir könnten mal so tun, als ob. Und dann können wir uns da die Zerrissenheit anschauen. Wollen wir das einfach mal machen? Ja, sehr gerne. Das hört sich danach an, als könnte ich es gut gebrauchen. Alles klar. Dann, warte mal. Dann zeichne ich Sie zunächst einmal. Also, naja, in echt sehen Sie wirklich etwas anders aus. Und diesen dicken Bauch brauche ich, weil wir da gleich die Persönlichkeitsanteile reinzeichnen. Was ist sozusagen die erste Stimme, so die erste Reaktion, die da bei Ihnen kam? Ja, also da ist sofort eine Stimme, die sagt, das geht so nicht. Das kannst du auf keinen Fall durchgehen lassen. Du musst jetzt eine klare und konsequente Grenze setzen. Das sagt die Stimme. Naja, das klingt ja schon mal sehr klar und deutlich. Ja, schon. Aber? Ja, aber dann meldet sich halt direkt wieder eine andere Stimme. Okay, das ist ja spannend. Und was sagt die? Ja, die sagt, ja, du kannst doch Lukas nicht permanent unter Druck setzen. Ja, der braucht doch auch Luft zum Atmen. Das ist ja nur die Schule. Wenigstens zu Hause muss er sich doch geborgen fühlen. Wenigstens hier muss er doch einfach sein dürfen, ohne dass gleich alle an ihm ziehen und zerren. Also wie so eine Löwenmama, die ihr Junges vor allem Unbill beschützen möchte. Das ist ja großartig. Da haben wir schon zwei Anteile. Wollen wir den einen die Löwenmama nennen? Ja, das passt. Dann zeichne ich den mal an. So, und jetzt dieser andere Anteil, der sozusagen als erstes reagiert hat. Wie wollen Sie den nennen? Spontan würde ich sagen die konsequente, weil die immer so streng und konsequent ist und immer gleich alles weiß, was richtig ist. Also mir manchmal ein bisschen zu schnell. Okay, klingt aber stimmig. Die konsequente. Da können wir jetzt mal neugierig sein, welche Anteile da noch so mitmischen. Ich habe das Gefühl, dass sofort gleich ein Impuls bei Ihnen. Ja, da ist Ärger. Ärger auf die Löwenmama in mir. Ja, das ist was anderes als nur Klarheit und Konsequenz. Okay, wie nennen wir die? Die Ärgerliche. Ja, ich würde den Anteil die Ärgerliche nennen. Okay, und wenn die Ärgerliche was sagen würde, was würde die sagen? Na, die würde sagen, hey, wir müssen ja alle was tun. Das Leben ist kein Ponyhof. Keiner kann sich das leisten, einfach nur so auszuruhen und so. Das geht einfach nicht. Ja, das würde die Stimme sagen. Okay, dann würde ich sagen, zeichne ich die mal rein. So. Sind da noch Stimmen, die irgendwas einwenden, wenn die Ärgerliche sagt, ey, das Leben ist kein Ponyhof, wir haben hier alle was zu tun? Ja, da ist dann sofort ein verständnisvoller Anteil, der erklärt direkt, also warum es besser ist, Lukas mehr Raum zu lassen und der auch die Nöte von Lukas sieht. Ja, also der Anteil, der weiß schon, dass das nicht okay ist und dass Lukas was für die Schule tun muss. Aber der Anteil weiß halt auch, dass wir in der Vergangenheit immer weitergekommen sind, wenn es statt Druck Verständnis gab. Das ist ja erstmal schon mal ganz schön komplex. Wie wollen Sie diesen Anteil nennen? Die Verständnisvolle. Die Verständnisvolle, okay. So. Die Verständnisvolle. Da ist noch die Verzweifelte. Also der ist das völlig egal, was Lukas machen sollte oder aus welchen Gründen er das nicht macht. Die fragt sich nur, was soll ich denn tun? Also wir sind doch seine Eltern, wir müssen doch irgendwas tun. Das kann doch so nicht weitergehen. Und dann ist dann noch die Erschöpfte. Die wird sich einfach am liebsten nur die Decke über den Kopf ziehen. Ja, und nichts mehr sehen und hören wollen von all dem. Die kann schon lang nicht mehr. Und ich kann mir vorstellen, je verzweifelter die Verzweifelte, desto erschöpfter die Erschöpfte. Ja, naja, das Hin und Her, das laugt unheimlich aus. Es gibt nichts, was man tun kann oder was richtig ist. Und wenn man dann was tut, das kostet so unheimlich viel Energie. Jeden Tag, jede Woche. Und es ist kein Ende in Sicht. Wenn ich die Erschöpfte anzeichnen soll, wo soll die hin? Ja, also in die Mitte. Okay. Und die Verzweifelte? Direkt unter den Hals. Ja, die schnürt mir manchmal den Hals zu. Okay. Jetzt gibt es ja eine ganze Menge Ideen, wie man so damit weiterarbeiten könnte. Aber wissen Sie, was mir auffällt? Nein, woher sollte ich das wissen? Ich habe das Gefühl, dass unglaublich viel Dynamik und Unruhe in Ihrem Team. Oh ja, das stimmt. Deswegen bin ich ja auch so fertig. Mich würde interessieren, was wohl passieren würde, wenn wir so einen ausgleichenden Anteil hätten. Was würde das verändern? Ich glaube, das wäre sehr beruhigend. Dann wäre die Verzweifelte wahrscheinlich nicht mehr so verzweifelt und wird vielleicht ein bisschen Hoffnung schöpfen. Also angenommen, so ein ausgleichendes Teammitglied wäre da. Wo wäre das denn dann? Das ist seltsam. Das wäre relativ weit oben. Aber nicht direkt am Hals, da wo die Verzweifelte ist, sondern ein bisschen tiefer. Und die Verzweifelte, die würde mir auch nicht mehr so den Hals abschnüren. Die wäre im Hintergrund eher. Okay. Und was würde sich dann verändern? Die Erschöpfte. Ja, die würde sich verwandeln. Also die wäre nicht mehr erschöpft, sondern mehr so eine Selbstfürsorgerin, die dafür sorgt, dass ich nicht mehr über meine Grenze gehe. Okay. Okay, das würde also bedeuten, dass die Erschöpfte in echt darauf aufpasst, dass sie nicht über ihre Grenzen gehen und dass sie auf sich aufpassen. Ja, im Grunde schon. Aber ich höre halt nicht auf sie. Ich drehe mich immer weiter im Hamsterrad. Aber wenn so ein ausgleichender Anteil da wäre? Ja, dann müsste ich mich wahrscheinlich nicht mehr so sehr im Kreis drehen und könnte auch eher mal innehalten. Ja, aber so ein Anteil ist halt eben nicht da. Wirklich nicht? Also ich hätte das Gefühl, Sie kennen diesen Anteil, also Sie kennen dieses Ausgleichende, oder? Ach so, ja. Na ja, als Mutter muss ich natürlich schon öfter mal ausgleichen, wenn die Kinder sich streiten. Da habe ich dann eigentlich auch die Ruhe und Gelassenheit. Und dann fühlt sich jeder gehört. Keiner muss mehr schreien. Also ich habe das Gefühl, also Sie können darauf zurückgreifen und wir könnten ja einfach mal so tun, als wäre da so ein Anteil. Was würde das bewirken? Was würde sich verändern? Also wenn ich mehr auf mich achten würde, dann hätte ich mehr Ressourcen. Ich wäre nicht mehr so getrieben. Ich hätte weniger Druck. Da müsste ich Lukas natürlich weniger Druck machen. Und ich kann mir vorstellen, dass Lukas ja ihren Druck auch schon gespürt hat, den sie vorher hatten. Und wenn sie keinen Druck mehr spüren und auch keinen Druck machen müssten, kann ich mir vorstellen, dass der Widerstand von Lukas ein bisschen zurückgeht. Und dass Lukas dann selber gucken kann, was er möchte. Ich finde, das klingt nach einer wirklich klugen Idee. In dieser Sequenz war zu sehen, wie die Klientin selbst durch das gezielte Aktivieren von Ressourcen im inneren Team neue und stimmige Lösungsansätze entwickeln kann. Hier braucht es umfangreiches Wissen über Entwicklungsprozesse, Geduld und empathisches Miteinander in der Beratung. Genau diese Verzahnung macht echte Expertise aus. An der Apollon-Hochschule im Masterstudiengang Psychologie mit Schwerpunkt Beratungspsychologie erarbeiten sie sich Schritt für Schritt eine solche Expertise und binden systematisch ihre Vorerfahrungen und ihre Kompetenzen mit ein. Studieren bei den Experten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017